Musik Wir sind auf der JAV-Konferenz des Fachbereichs C in Wernigerode. Ich bin hier, um mich mit anderen JAVen aus dem Gesundheitssystem zu vernetzen, neue Leute kennenzulernen und ein paar Dinge aus den Workshops mitzunehmen. Das ist wirklich großartig, wenn man alle zusammen an den großen Zielen arbeitet. Musik Deswegen bin ich hier, um mein Wissen weiterzuentwickeln, um anderen Auszubildenden in ihrem Betrieb zu helfen und zu unterstützen. Einfach die Ausbildung in unserem Betrieb besser zu machen. Musik Musik Ich hatte ganz viel Spaß diese Woche. Ich habe mich viel mit anderen Leuten vernetzt, die Stimmung war mega gut. Man sollte sich im Fachbereich engagieren, um die Ausbildungsqualität im Gesundheitswesen zu verbessern. Und der Fachbereich gibt dir die Chance, genau das zu tun. Wenn auch du jetzt aktiv werden möchtest in Verdi, melde dich bei deinen Fachbereichssekretären oder bei deinen Fachbereichsjugendkoordinatoren. Die können dir sagen, wie du dich einbringen kannst und wer die mitgestalten kannst. Tschüss! Mit強 Look at them!